Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Auftragsveranstaltung der Mosse Lectures im Sommersemester. Ich begrüße vorab schon mal sehr herzlich Frau Barbara Stolberg-Rillinger, unsere heutige Referentin, die ich Ihnen gleich noch ausführlicher vorstellen werde. Wir sind froh, dass wir an unseren angestammten Ort zurückgekehrt sind, in den Senatssaal der Humboldt-Universität, dass er frisch renoviert ist. Das werden Sie beim Eintreten nicht übersehen haben. Unser Semesterthema lautet Dramen des Entscheidens und es freut uns, dass Sie durch Ihre Anwesenheit zu unserem Thema beitragen, da Sie sich ja entschieden haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Entscheidungen treffen heißt Optionen reduzieren. Ich male die Ihnen jetzt nicht aus, die Sie gehabt hätten. Uns ist daran gelegen, Ihnen die Entscheidung, diese Veranstaltung vorzeitig zu verlassen, so schwer wie möglich zu machen. Das Beispiel zeigt, dass wir mit dem Titeldramen des Entscheidens nicht allein die fünften Akte von Tragödien im Auge haben und auch nicht den Beginn des dritten Aktes, an denen Entscheidungsmonologe gern platziert werden. Es gibt auch Minidramen und Mikroentscheidungen. Die hochdramatische Risikoentscheidung, die das Leben aufs Spiel setzt, die existenzielle Amplitude der Gewissensentscheidung, sie gehören in den Horizont unseres Themas. Mindestens so viel Raum aber geben wir den Routinen und Verfahren, den Formaten und Formularen von Bürokratie und Verwaltung, die in modernen Gesellschaften Entscheidungsprozesse prägen und vorstrukturieren. Als Kinder unserer Zeit sind wir an der Frage interessiert, wie die moderne Formalisierung von Entscheidungsprozessen unser Leben prägt. Dramen des Entscheidens haben wir die Reihe auch deshalb genannt, weil wir nicht unterstellen wollen, dass die Tendenz zur Formalisierung und Standardisierung notwendig zur Entdramatisierung von Entscheidungen führen muss. Wir fragen vielmehr nach dem Wechselspiel von Dramatisierung und Entdramatisierung gleich im nächsten Vortrag, in drei Wochen am 23. Mai ebenfalls in diesem Raum. Dieter Thome, der lange Philosophie an der Universität in St. Gallen gelehrt hat, wird unter dem Titel Ich war's, keiner ist's gewesen, eine zeitdiagnostische Physiognomik der Dramatisierung und Entdramatisierung von Entscheidungen entwickeln. Ich war's, ist die Parole in den Theorien individueller Freiheit. Ich kann es gar nicht gewesen sein, keiner ist es gewesen, sagen die Theorien des Determinismus, die das Individuum zugleich einschnüren und entlasten. Wie Sie vielleicht an Ihrer eigenen Lebenspraxis bemerkt haben, gibt es in unserer Gegenwart eine Formveränderung von Entscheidungsprozessen, die dem Medienwandel entspringt. Längst ist dem Begriff Digitalisierung nicht mehr allein die technologische Komponente adressiert. Die technologische Dimension erscheint vielmehr als dynamisierendes Element einer gesamtkulturellen Transformation. Sie lässt die Alltagsroutinen, in denen Entscheidungsprozesse verlaufen, nicht unberührt. Reiseziele, Kaufentscheidungen, Konsumentscheidungen gehören dazu und diejenigen, die sie treffen, agieren nicht nur als Teilnehmer am Markt und an der Warenzirkulation und Distribution, sondern auch als Rechtssubjekte. Sei es beim Mieten einer Airbnb-Wohnung oder beim Stöbern auf Check24. Am 20. Juni wird Marietta Auer hier zu uns sprechen und wir haben sie auch deshalb eingeladen, weil sie seit 2020 Direktorin am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main ist und zugleich an der Goethe-Universität lehrt. Ihr Titel wird sein Aporin moderner Entscheidungsfreiheit, liberales Paradoxon und digital konditioniertes Subjekt. Der Titel Dramen des Entscheidens schließt die Dramen des Nichtentscheidens, des Aufschubs und der Verzögerung von Entscheidungen ein. Für sie ist es entscheidend, in welchem Zeitklima sie stattfinden. Der Soziologe Steffen Mau, der an dieser Universität lehrt, ist ein Spezialist für die Dramatisierung von Zeiterfahrungen. Er erforscht sie empirisch, im Blick auf Triggerpunkte des Alltagsbewusstseins. Er hat dem Abschlussvortrag der Mosse Lectures in diesem Semester, der wird am 4. Juli stattfinden, den Titel gegeben, Keine Zeit zum Verhältnis von Entscheidungen und sozialem Wandel. Keine Zeit. Das Urmodell für die Dramatisierung von Entscheidungsprozessen ist, in der klassischen Tragödie wie in der aktuellen Politik, die Verknappung der Zeit zur ablaufenden Frist. Dieses Urmodell wird durch Kriegs- und Krisenphänomene begünstigt, dynamisiert, mit Energie aufgeladen. In der Debatte um das Verhältnis der Entscheidungsroutinen rechtsstaatlich repräsentiver Demokratien zu den Handlungsimperativen, die aus dem Klimawandel resultieren, ist die Verknappung der Frist zurzeit ein Zentralmotiv. Aber soweit sind wir noch nicht. Diese Auftaktveranstaltung ist der historischen Grundlegung unseres Semesterthemas gewidmet. Man könnte auch sagen, der Nicht-Selbstverständlichkeit von Entscheidungsprozessen und Entscheidungsroutinen. Ich freue mich sehr, dass wir Barbara Stolberg-Rillinger für diesen Vortrag gewinnen haben können und der Titel des Vortrags lautet Entscheiden als Kulturtechnik. Ich stelle Sie ein wenig vor, um Ihnen plausibel zu machen, dass sie für dieses Thema bestens gerüstet ist. Sie ist Historikerin. Sie wissen vielleicht, dass sie seit 2018 Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin ist und Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster war. Sie hat Forschungsschwerpunkte in der Kulturgeschichte des Politischen in der frühen Neuzeit, vor allem der politischen Metaphern und Symbole. Und sie hat ihre Dissertation über ein Thema geschrieben, das durchaus auch mit Entscheiden zu tun hat. Der Staat als Maschine zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats. Die Dissertation ist in Köln erstanden. Ich glaube, bei Herrn Kunisch. Sie ist in einem Forschungsbereich in Münster dann lange gewesen und da ist sie seit 1997, glaube ich, Professorin. Und da gab es einen Sonderforschungsbereich, der eine gewisse Ausstrahlung hatte auf die Geschichtswissenschaften. Und er hatte den Titel Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution. Und das hieß, das war ein Rückgehen hinter das, was Leute wie ich in ihrer Ausbildung noch so als das Zentrum unserer Entstehung der modernen Welt gelernt haben, die berühmte Sattelzeit Kosellex, die irgendwie so 1750 begann. Das war im Grunde ein bisschen auch eine Vorverlegung von Modernisierungsprozessen und gleichzeitig ein neuer Blick auf das Alte Reich. Und es kam dann ein Buch, von dem ich annahme, dass es irgendwie auch aus diesem Forschungsprojekt Zusammenhang entstanden ist. Das hat den wunderbaren Titel des Kaisers Alte Kleider, Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reichs. Das war in gewisser Weise eine Neu- und Wiederentdeckung des Alten Reichs und seiner Routinen. Und Literaturwissenschaftler kennen das ein bisschen aus dem Werter. Also das Reichskammergericht, dieses ganze zusammenbrechende Alte Reich und eigentlich alles morsch. Und diese ganze Morschheit der Jahre um 1800, die Leute wie Hegel auch gemerkt haben, die war aber nicht immer so. Und warum das nicht immer so war, das kann man wirklich sehr gut in dem Buch über des Kaisers Alte Kleider nachlesen. Im alten Plunder stecken sozusagen Funktionsmechanismen von Herrschaft und Konfliktregelung, Routinen, auch Entscheidungen, nicht zuletzt etwa im Blick auf die Kaiserwahl im Alten Reich. Das Buch Maria Theresia in ihrer Zeit möchte ich auch noch nennen. Nicht nur deshalb, weil es den Preis der Leipziger Buchmesse damals erhalten hat, 2017 in der Rubrik Sachbuch und Essayistik. Und weil Frau Stolberg-Religa dann im gleichen Jahr den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erhalten hat, der wird nicht für ein Buch vergeben, sondern für ein wissenschaftliches Werk. Aber das Buch gehörte dazu. Und in dieses Porträt von Maria Theresia ist die Geschichte ihrer Zeit eingelassen. Und man kann übrigens, das habe ich mal ansatzweise versucht, man kann auch eine kleine Geschichte der Entscheidungen, die Maria Theresia getroffen und nicht getroffen hat und manchmal zum Leidwesen ihres Sohnes nicht getroffen hat, aus diesem Buch herausziehen. Also so ein kleines Extraktbuch über Entscheidungen von Maria Theresia. Da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf. Die Entscheidungen haben Sie, glaube ich, lange schon begleitet in Ihrer Forschungsarbeit. Sie haben relativ früh, schon vor nunmehr ungefähr 14 Jahren, gemeinsam mit André Krischer ein Buch herausgegeben, Herstellung und Darstellung von Entscheidungen, Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne. Und als Frau Stolberg-Schrillinga 2013 den Preis des Historischen Kollegs erhielt, sprach sie in ihrer Dankesrede über die Schwierigkeiten des Entscheidens. Es folgte dann noch ein Forschungsprojekt, auch zu diesem Thema. Und man kann bei ihr vielen Formen von Entscheidungen begegnen, unter anderem Entscheidungen durch das Los und auch die Figur des würfelnden Richters. Der Senatssaal, um darauf noch mal zurückzukommen, ist ein bisschen was anderes als ein normaler Vorlesungssaal. Er ist nicht nur der Salon der Humboldt-Universität, sondern klingt durch seine Art auch ein bisschen nach Entscheidung. Er ist gewissermaßen entscheidungsnäher als die Normalvorlesung. Das begünstigt unsere Vorlesungsreihe in diesem Sommersemester. Abschließend möchte ich Ihnen noch eine Publikation nennen. Da sind Sie Herausgeberin. Das ist eines der jüngeren Hefte der Zeitschrift für Ideengeschichte zu dem schönen Thema, die Sitzung. Gemeinsam mit Alexandra Kemmerer, das ist ein Ensemble von Aufsätzen über Sitzungen und in ihrer Herausgebereinleitung steht der schöne Satz, Sitzungen sind auf das Entscheiden hin angelegt. Das Heft handelt dann aber auch davon, wie die Einengung von Entscheidungsprozessen durch Sagbarkeitsregeln funktioniert. Und manchmal hat man den Eindruck, ich habe das jetzt weggelassen, die Gremien, in denen Sie alle sitzen. Aber ich vermute, es ist doch ein Gutteil akademischer Gremienerfahrung auch in dieses Heft über Sitzungen eingegangen. Ob das jetzt Thema Ihres Vortrags ist, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass Sie da sind. Entscheiden als Kulturtechnik, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Müller, für diese sehr nette Einführung. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine große Ehre für mich, dass ich den Anfang machen darf mit der diesjährigen Mosse Lecture. Und es ist tatsächlich so, dass mich das Thema Entscheiden schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und Sie haben vollkommen recht, es beschäftigt mich deswegen, weil ich aus eigener Erfahrung mit Sitzungen und mit akademischem Entscheiden einfach der sozialen Logik auf etwas näher kommen wollte des Entscheidens. Also es beschäftigt mich schon sehr lange. Und hier sitzen ein oder zwei Leute im Raum, denen ich überhaupt gar nichts Neues hier sagen kann heute. Ich spreche über das Thema tatsächlich als Frühneuzeithistorikerin, weil ich das entscheidend in einer historischen Perspektive, als historischen Gegenstand thematisieren möchte. Und zwar aus der Perspektive eben der Vormoderne, genauer gesagt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Das als Kulturtechnik zu bezeichnen, klingt vielleicht etwas ungewohnt und befremdlich. Neurobiologen würden das ja ganz anders sehen. Neurobiologen haben ausgerechnet, dass jeder Mensch pro Tag, ohne es zu merken, sozusagen mehrere Millionen von Entscheidungen trifft. Und jedes Handeln erscheint aus dieser Sicht immer schon als fortgesetztes Entscheiden, weil man natürlich in jedem Moment, in jedem Augenblick hundert andere Möglichkeiten hat, zu handeln. Ökonomen und Psychologen untersuchen dann in der Regel ja, wie rational diese Entscheidungen sind, die man trifft, wenn man handelt und stellen dann neuerdings fest, dass sie sehr begrenzt rational sind und so weiter. Das ist meine Fragestellung nicht. Ich verwende also ausdrücklich einen anderen Begriff von Entscheiden als Ökonomen, Psychologen oder Neurobiologen. Und mir geht es auch ausdrücklich nicht um die Frage, ob Menschen rational oder irrational entscheiden oder in der Vergangenheit entschieden haben. Das ist ja ein klassisches Thema auch immer schon in der Geschichtswissenschaft gewesen. Aber bei all diesen Disziplinen wird eins immer schon vorausgesetzt, nämlich eben, dass ständig entschieden wird. Dass überhaupt entschieden wird. Und genau das ist aus historischer Sicht keineswegs selbstverständlich. Ich denke schon, die Fragestellungen dieser heutigen sogenannten Decision Sciences aus der Psychologie, aus der Neurobiologie, aus der Ökonomie natürlich, sind sehr typisch und diese Fragestellungen sind sehr typisch für unsere heutige Epoche. Also diese Fixierung auf das Entscheiden, auf Entscheidungen, auf individuelles Entscheiden scheint mir auch historisch oder historisierbar zu sein. Der Blick auf vergangene historische Epochen, wie eben die frühe Neuzeit, also etwa das, bei meinem Thema heute ist es etwa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Der Blick auf vergangene Epochen ist dazu geeignet, durch den Kontrast zu unserer Gegenwart etwas sichtbar zu machen, was für uns derart selbstverständlich ist, dass wir es gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, nämlich unsere alltägliche Überzeugung, dass alles Handeln im Normalfall ständig ein Entscheiden ist. Meine These dagegen ist, Entscheiden ist nicht selbstverständlich, ja, es ist nicht einmal wahrscheinlich, sondern es ist eine Zumutung. Ob und inwiefern bestimmte Situationen als Entscheidungssituationen gerahmt, modelliert, wahrgenommen, gedeutet oder nachträglich erzählt werden, ist historisch variabel, das heißt, es ist kulturabhängig. Entscheidungsprobleme und Entscheidungsalternativen, das ist jetzt ein Zitat meines Kollegen André Krischer, werden nicht einfach vorgefunden, sondern von den jeweiligen Gesellschaften diskursiv hervorgebracht, markiert und in unterschiedlicher Weise bearbeitet. Entscheiden wird eben auch historisch ganz unterschiedlich inszeniert und dramatisiert, im Sinne hier des Titels der Ringvorlesung, die Sie ja von Dramen des Entscheidens sprechen. Auch das ist natürlich historisch sehr variabel. Also mit anderen Worten, das Entscheiden hat eine Geschichte. Um das näher zu erläutern, möchte ich in folgender Weise vorgehen. Ich möchte zunächst mal einen Schritt zurück machen und sagen, wie ich denn jetzt selber Entscheiden verstehe. Dann sage ausdrücklich, das ist jetzt eine historische sozialwissenschaftliche Definition und die anderen Disziplinen sehen das ganz anders. Dann will ich zweitens einen kurzen Blick auf das Entscheiden als Zumutung werfen und mache das anhand eines Beispiels aus unserem kulturellen abendländischen Bildervorrat. Dann will ich drittens mich dem kollektiv verbindlichen Entscheiden, also mit anderen Worten dem politischen Entscheiden zuwenden und zwar einem ganz konkreten historischen Beispiel, nämlich Ständeversammlungen in der frühen Neuzeit und will die These vertreten, wieso solche vormodernen politischen Gremien Entscheidungen eher vermieden haben. Dann möchte ich abschließend viertens die Frage nach dem tiefgreifenden Wandel, der dann zur Moderne geführt hat, darauf eingehen und mich mit den formalen Entscheidungsverfahren der Moderne beschäftigen und fragen, was das strukturell von denen der Vormoderne unterscheidet. Also zunächst, was meine ich mit Entscheiden? Ich verstehe unter Entscheiden hier nicht ein inneres, rein mentales Geschehen, also sozusagen das Innere sich entschließen, sondern eine Form sozialen, das heißt beobachtbaren Handels, beobachtbaren Handels, was im Inneren des Gehirns vorgeht, ist nicht Gegenstand historischer Wissenschaft. Als Entscheiden bezeichne ich den Prozess, das aus dem gewissermaßen unendlichen Ozean prinzipiell unendlicher Möglichkeiten explizit einzelne Handlungsalternativen isoliert und sich ebenfalls explizit auf eine davon festlegt, hinter die es dann kein Zurück mehr gibt. Entscheiden setzt also zunächst einmal das Unterscheiden verschiedener Optionen voraus. Eine Entscheidung als Ergebnis dieses Prozesses ist ein Einschnitt, sie erzeugt eine Zäsur im Zeitverlauf, was ja schon die Etymologie des Wortes sagt, sowohl im Deutschen Entscheiden wie auch das lateinische Decisio, also ein Schnitt. Die Entscheidung trennt nämlich das Vorher vom Nachher, also die Vergangenheit, in der es noch unendliche Optionen oder auf jeden Fall mehrere Optionen gab oder unendliche Möglichkeiten gab von der Zukunft, in der man sich bereits festgelegt hat und dann eben gemäß der einen Option handelt. Soweit die Definition. In der sozialen Realität ist es natürlich alles nicht so eindeutig und viel komplizierter. Tatsächlich ist die Frage, ob es sich bei einem sozialen Geschehen um einen Entscheidungsvorgang gehandelt hat oder nicht, während des Handelns noch eroffen und wird sozusagen erst im Nachhinein als Entscheidungshandeln gerahmt und erzählt und nachrationalisiert. Entscheidungen sind per Definition im Kontingent. Das heißt, man könnte eben immer auch anders entscheiden. Es gibt immer einen Sprung von allen noch so rationalen Erwägungen hin zur Entscheidung selbst, sonst wäre es eben keine Entscheidung. Eine alternativlose Entscheidung, von der man ja gerne spricht, ist ein Widerspruch in sich, offensichtlich. Denn wenn eine Entscheidung zwingend aus entweder guten Gründen oder aus Berechnungen, also Algorithmen oder so weiter, folgte, dann wäre es eben eigentlich ein Automatismus, aber keine Entscheidung im strengen Sinn. Der springende Punkt ist, die Kontingenz, die dem Entscheiden grundsätzlich zu eigen ist, macht es riskant, das explizite Entscheiden. Denn im Moment des Entscheidens ist ja die Richtigkeit, oder was man als Richtigkeit der Entscheidung bezeichnen könnte, nie vollständig gewährleistet, einfach weil die Zukunft ungewiss ist. Zugleich bleiben aber die Optionen, die man nicht gewählt hat, ja in Erinnerung, weil es explizit gemacht worden ist, um zu entscheiden. Deshalb sind Entscheidungen besonders anfällig für Widerspruch und sind einem hohen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Also ich spreche hier immer von expliziten Entscheidungen in dem genannten Sinne. Weil der Vorwurf immer im Raum steht, man hätte ja besser anders entscheiden können. Nachher weiß man es immer besser. Die Kontingenz des Entscheidens ist deshalb eben immer eine Zumutung. Und das gilt erst recht für kollektives Entscheiden, kollektiv verbindliches Entscheiden. Das heißt, wenn Einzelne entscheiden, aber das Ergebnis für alle, die eine Gruppe, eine Gemeinschaft, der Staat und so weiter verbindlich ist. Explizites Entscheiden ist deshalb keineswegs die Regel, sondern, so meine These, die Ausnahme. Denn es ist aufwendiger, als nicht zu entscheiden. Es verursacht soziale Kosten. Denn es stiftet ja Zurechenbarkeit und Verantwortlichkeit. Da, wo vorher vielleicht ein vager Konsens bestand, macht die explizite Entscheidung Dissens sichtbar oder ruft Dissens überhaupt erst hervor. Und es beschert den Vertretern anderer Optionen eine Niederlage, das Entscheiden. Man kann daher, und das wird heute ja zunehmend getan, in vieler Hinsicht vom Segen der Ambiguität, der Indifferenz, der Unentschiedenheit sprechen. Mein zweiter Punkt, Entscheiden als Zumutung. In unserem kulturellen Symbolvorrat gibt es verschiedene Metaphern und Ursszenen, die das Entscheiden ins Bild setzen. Und eine davon haben Sie hier jetzt schon die ganze Zeit an der Wand gesehen, nämlich den Sündenfall, hier in dem Fall von Kranach. Das Paradies war ja, wie wir alle wissen, ambivalent. Es war einerseits ein diffuser Glückszustand. Es bescherte aber seinen Bewohnern auch das erste aller Entscheidungsprobleme, indem der Allmächtige eine einzige explizite Norm aufstellte, eben nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, kam zwangsläufig die dazugehörige eindeutige Alternative in die Welt. Und die Schlange hat sie sozusagen formuliert. Nämlich eben die allererste Entscheidung, der Akt menschlicher Freiheit schlechthin, eben die Freiheit auch das Böse zu tun. Das heißt, dieser Ursprungsmythos, dieser biblische Ursprungsmythos gründet den Beginn der Geschichte auf eine Entscheidung. Adam und Eva entschieden sich mit dem Biss in den Apfel dafür, auch in Zukunft frei entscheiden zu können, aber eben auch entscheiden zu müssen. Wie gesagt, entscheiden ist eine Zumutung. Dem Sündenfall am Anfang der Geschichte entspricht bekanntlich in der christlichen Tradition das jüngste Gericht am Ende der Geschichte. Auch das eine Urszene des Entscheidens und zwar das Entscheiden als Gerichtsurteil. Es ist indessen in der Tradition, in der Regel sehr oft nicht als willkürliches Entscheiden dargestellt, also nicht zum Beispiel als Losen, sondern als Abwägen. Wägen im strengen Sinne. Zum Beispiel hier auf dieser Gerichtsdarstellung von Rougier van der Weyden ist es der Erzengel, der die Seelenwaage hält, die Seelenwaage des jüngsten Gerichts. Und das Bild der Waage ist ein natürlich Ihnen allen sehr vertrautes Bild, ein überaus signifikantes Bild, wie ich finde, zur Visualisierung des Entscheidens. Und ich interpretiere das Bild der Waage so, dass es gewissermaßen die Kontingenz des Entscheidens negiert, verschleiert. Denn die Waage senkt sich ja von ganz alleine, nur aufgrund ihres Gewichts oder des Gewichts der bösen oder guten Taten, die die Seele des betreffenden Sünders eben auf die Waagschale bringt, wie hier. Und das Urteil erfolgt aus dem Gewicht des Guten oder Bösen selbst, gleichsam ohne Zutun des Richters. Und man kann unzählige Bilder, Beispiele für das Bild der Waage als Entscheidungsmetapher zeigen. Sie kennen alle natürlich die Justiz, ja, aber zum Beispiel auch die Entscheidung für oder gegen die Reformation, wo also das Gewicht des Wort Gottes, des Wortes Gottes, des Evangeliums stärker ist als aller altkirchipapistische Plunder, um es jetzt mal aus protestantischer Perspektive zu formulieren. Oder das gibt es dann als rationalistische, sozusagen säkulare Variante im späten 18. Jahrhundert hier in Baselos Elementarwerk, wo unter dem Titel Vernunft das Gute und das Böse abgewogen werden. Und schließlich natürlich aktuelle Beispiele, wo das ökonomische Kosten-Nutzen-Kalkül als Waage, sozusagen auch ein Automatismus des Wägens erscheint. Gemeinsam ist allen diesen Bildern eben die Hintergrundvorstellung, das Abwägen ist zwingend. Es lässt eigentlich keinen Spielraum für Willkür. Mit anderen Worten, es gibt eine starke Tendenz, die Kontingenz, die Ungewissheit, das Willkürmoment des Entscheidens so weit wie möglich herunterzuspielen, sozusagen zu verschleiern, zu verschwinden zu bringen. Das gilt auch meines Erachtens für rationalistische Entscheidungsprogramme, die das Entscheidend anscheinend an Algorithmen delegieren, die scheinbar automatisch, also ungestört durch menschliche Effekte, Parteilichkeit oder andere Unzulänglichkeiten sozusagen die einzig richtige Entscheidung hervorbringen. Ich bin wahrhaftig keine Spezialistin für KI, aber habe das sozusagen zur Kenntnis genommen. Tatsächlich entscheiden aber natürlich nicht einfach die Algorithmen, sondern Menschen entscheiden, die Algorithmen entscheiden zu lassen. Um die Zumutung des Entscheidens kommt man also meines Erachtens auch mit künstlicher Intelligenz nicht wirklich herum. Ich komme zu historischen Kulturen des Nichtentscheidens. Inwiefern hat das Entscheiden eine historische Dimension? Wenn es zutrifft, dass explizites Entscheiden, also kollektiv verbindliches explizites Entscheiden, aus vielerlei Gründen eine Zumutung ist, dann wird erklärungsbedürftig, was wir normalerweise heutzutage für völlig selbstverständlich halten, nämlich, dass die komplexe Wirklichkeit auf wenige eindeutige Handlungsalternativen reduziert wird und dass Situationen eindeutig als Entscheidungssituationen gerahmt und definiert werden. Das ist wie gesagt meine These, das ist der unwahrscheinliche Fall. Und da ist ein Blick auf frühere Epochen ausschlussreich, der zeigt, dass es eben keineswegs immer so war, dass man ständig sozusagen das Entscheiden als etwas vollkommen Normales in allen alltäglichen Abläufen betrachtet. Also wie gesagt, dass das Entscheiden keineswegs zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften gleichermaßen praktiziert wurde und wird. Das gilt wie gesagt für individuelles, aber erst recht für kollektives beziehungsweise kollektiv verbindliches Entscheiden, also wie gesagt politisches Entscheiden. Denn Politik kann man ja definieren ausdrücklich als die soziale Sphäre, in der es um die Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen geht. Ich will das im Folgenden, wie gesagt, anhand eines Beispiels aus meinem eigenen Forschungsgebiet zeigen, nämlich einem gewissermaßen Idealtyp politischer Versammlungen, wie sie seit dem späten Mittelalter in fast allen europäischen Ländern, Monarchien, Fürstentümern, auch in der Kirche existierten. Sie haben hier nur drei Beispiele, die schon zeigen, oder nochmal andere, die zeigen schon vom Bildschema her, dass das wirklich ein gemeineuropäisch sehr, sehr verbreiteter Typus war. Schon allein im Arrangement, im räumlichen Setting sieht man die Ähnlichkeit. Also es geht um Ständeversammlungen, könnte man sagen, wobei man Konzilien in gewisser Weise mit dazu zählen kann. Diese Versammlungen gelten als die Organe, die auf das Treffen kollektiv verbindlicher Entscheidungen, Beschlüsse hin angelegt waren. So sehen das jedenfalls traditionellerweise die Historiker, die vor allem dann diejenigen Historiker, die diese Ständetage, Tage waren das ja, die diese Ständetage als Vorläufer der modernen Parlamente betrachten. Für den englischen Fall ist es natürlich unübersehbar. Sie sehen hier in der Mitte eine englische Parlamentseröffnung von dem frühen 18. Jahrhundert und Queen Anne und rechts eine Eröffnung des Parlaments unter Elisabeth II. Also die Bilder sind noch wirklich die gleichen. Aber ansonsten gibt es diese Kontinuität in anderen Ländern in dieser Weise nicht. Ich muss ein bisschen zu diesen Ständetagen sagen und vielleicht vorausschicken, dass das jetzt ganz, ganz grob idealtypisch ist. Und jede frühe Neuzeithistorikerin würde es natürlich jetzt sofort 100.000 Einwände haben, dass man das alles viel, viel differenzierter sehen muss. Also ich mache es jetzt ganz grob idealtypisch. Bei diesen Ständetagen wurden gemeinhin die im Land ansässigen Herrschaftsträger zusammengerufen, also adelige Vasallen, geistliche Würdenträger, Vertreter von Städten, von Ämtern, Grafschaften, aber auch Universitäten, Klöstern und so weiter. Und zwar deshalb, weil, in der Regel deshalb, weil die Fürsten irgendwie die Zustimmung brauchten, entweder um Kriege zu führen oder um Konflikte über die Erbfolge zu regeln oder auch möglicherweise, weil Religionskonflikte ausgebrochen waren und so weiter. Und diese Herrschaftsträger, diese Stände, Etat, Cortes, in England eben Parliaments, nutzten den Umstand, dass die Herrscher auf sie partiell angewiesen waren, um ihre Beschwerden vorzutragen und sich kollektiv bestimmte Privilegien verbriefen zu lassen. Und zur Verteidigung dieser Privilegien, dieser Rechte und Freiheiten, schlossen sich dann charakteristischerweise zu Kooperationen zusammen. Und das machte sie dann überhaupt erst zu Ständen des Landes. Und gewisserweise machte das auch erst das Land zu einem Land, zu einem politischen Körper. Meine These ist, dass auf allen diesen Versammlungen explizite Entscheidungen tendenziell vermieden wurden. Dazu möchte ich ein bisschen beschreiben, wie gesagt ganz grob idealtypisch, wie solche Versammlungen in der Vormoderne funktionierten, um eben den Unterschied gegenüber modernen oder vielleicht auch nicht Unterschied gegenüber modernen Gremien, politischen Gremien deutlich zu machen. Erstens hatten diese Versammlungen keine abstrakt formalisierte und geschriebene Geschäftsordnung. Das heißt, die Regeln, nach denen die abliefen, waren weitgehend habitualisiert. Es waren Gewohnheiten, es waren Praktiken, die aber nicht sozusagen als Statuten niedergelegt waren. Das heißt aber nicht, dass sie formlos waren. Die Struktur beruhte nämlich auf ritueller Wiederholung. Und das rituelle Setting war in der Regel das einer Herrscheraudienz, was sich auch an diesem Bildschema zeigt. Man hat immer das Ganze immer auf den Herrschertron ausgerichtet. Die gesamte Rahmung war wesentlich, wie gesagt, auf den Fürsten ausgerichtet, dem Fürsten explizit zu widersprechen oder seinem Kanzler, verstieß gegen ungeschriebene Regeln höfischen Benehmens. Offener Widerspruch konnte sehr schnell als Rebellion ausgelegt werden und enthielt ein hohes Eskalationspotenzial. Zweitens, der Teilnehmerkreis war meistens nicht abstrakt definiert, der Teilnehmerkreis, und nicht präzise abgeschlossen, also keine formale Mitgliedschaft im modernen Sinne. Die Herrscher konnten zwar nicht einfach einladen, wen sie wollten, das ist verschieden, aber das Recht oder die Pflicht zur Teilnahme beruhte meistens auf, wie gesagt, auf Privilegien, auf Herkommen, nicht auf einer abstrakten, allgemeinen und sanktionsbewährten Regel. Nicht alle Teilnehmer kamen immer gleichzeitig, manche kamen auch gar nicht, manche reisten früher ab, dann kamen dafür andere und so weiter. Vom einen zum anderen Mal konnte die Zusammensetzung erheblich wechseln. Drittens und damit zusammenhängend, es gab sehr oft eine Exit-Option, und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Das heißt, manche Teilnehmer beanspruchten eine Exit-Option. Es wurde natürlich vom Fürsten in der Regel bestritten. Denn der zentrale Grundsatz dieser Versammlungen war, quod omnes tanget ab omnibus aprobeto, also was alle angeht, dem müssen auch alle zustimmen. Das bedeutet dann aber umgekehrt, wer nicht zustimmte, für den war der Beschluss möglicherweise auch gar nicht verbindlich, oder der behauptete möglicherweise jedenfalls, dass der Beschluss für ihn nicht verbindlich sei. Das heißt, man konnte vorher gehen oder gar nicht erst kommen und dann bestreiten, dass das Beschlossene für einen verbindlich war. Umgekehrt galt dann aber auch, wer anwesend war und schwieg, das heißt, wer nicht in ritueller Form protestiert, eine Protestatio einlegte, der bekundete damit automatisch stillschweigenden Konsens. Persönliche Anwesenheit war also essentiell. Wenn man da gewesen war und nicht protestiert hatte, dann hatte man zugestimmt. Viertens, die Rollen, die die Teilnehmer bei den Beratungen spielten und das Gewicht ihrer Voten ergaben sich wesentlich aus dem Status, aus dem sozialen Status, den sie auch außerhalb der Versammlung hatten. Im Gegensatz zu einem modernen Parlament zum Beispiel, wo man ja seinen Sitz der Wahl in dieses Parlament verdankt und nicht seiner Geburt oder seinem Grundbesitz oder einem Amt oder wie auch immer. Die Kategorien der sozialen Hierarchie waren zugleich die Kategorien der politischen Teilhabe. Das ist sozusagen der Kern der ständischen Gesellschaft. Die Ordnung des Sitzens und Stehens und Sprechens und so weiter war eine Abbildung der sozialen Hierarchie auf einer solchen Versammlung. Und den Reichstag des eben schon erwähnten römisch-deutschen Reiches, wo man dann zum Beispiel diese Schranke sieht. Und das ist eben eine wirkliche Standesschranke, eine buchstäbliche Standesschranke. Also die Vertreter der Städte durften nicht sitzen. Das mit anderen Worten, es gab keine unpersönlichen Verfahrensrollen. Also solche Rollen, die erst in dem Verfahren oder durch das Verfahren selbst definiert worden wären. Und die sich von den sozialen Rollen, die die Teilnehmer sonst noch hatten, deutlich unterschieden hätten. Die Abgabe der Voten erfolgte auch gerade nicht ohne Ansehen der Person. Ganz im Gegenteil, sondern sie erfolgte in der Reihenfolge des sozialen Ranges. Voten wurden gewichtet, nicht gezählt. Und das legte natürlich der Akzeptanz des Mehrheitsprinzips große Hindernisse in den Weg. Also wenn es nach Rangen geht, kann man natürlich kein Mehrheitsprinzip beachten. Fünftens, beraten und abstimmen waren nicht voneinander klar getrennt. Es gibt Ausnahmen. Also das englische Unterhaus ist eine Ausnahme. Die Übergänge zwischen Erwägen, Aushandeln und Entscheiden waren völlig fließend. Das heißt, es bestand auch gar keine Notwendigkeit, klare und eindeutige Alternativen zu formulieren. Was ja die Voraussetzung dafür ist, dass man formal über etwas abstimmen kann. Sondern die Versammelten wurden reihum um ihre Voten gefragt. Und dann wurde nicht zwischen Meinungsäußerung und Stimmabgabe entschieden. Und am Ende hat der Versammlungsleiter dann so aus dem ungefähren Eindruck der Meinungsäußerungen einen Konsens sozusagen konstruiert. Einen vagen Konsens. Das heißt also, man konnte auch die Gegenstände der Beratung relativ flexibel handhaben. Man musste das nicht, man musste keine klaren Abstimmungsfragen formulieren. Sechstens, der Konsensdruck war sehr hoch. Einmütigkeit, also wirklich unanimitas, Einhelligkeit, Einmütigkeit, hatte eine hohe religiöse Würde. Denn Eintracht war das Indiz, dass Gott anwesend war in der Versammlung. Während offener Dissens als gewissermaßen Werk des Teufels galt. Im christlichen Europa war das Konsensprinzip theologisch unterfüttert. Es gibt das Zitat des Papstes Gregors Großen, inschissura mentium deus non est. Also im Zwiespalt der Meinungen kann der göttliche Wille nicht sein. Da ist sozusagen Zwiespalt des Teufels. Wie eingangs schon gesagt, explizites Entscheiden nötigt zu Eindeutigkeit und Parteinahme. Es macht Dissens sichtbar. Und das produziert soziale Spaltung und beschert den Unterlegenen einen Gesichtsverlust. In einer Gesellschaft, die Rang und Ehre zu ihren höchsten Gütern schlechthin zählte, hat das ein großes Eskalationsrisiko bedeutet. Deshalb beließen diese Versammlungen potenziellen Konfliktstoff gern im Diffusen und errichteten stattdessen rituelle Konsensfassaden. Konsensfassade bedeutet, dass Einmütigkeit symbolisch nach außen demonstriert wurde. Und das bedeutet natürlich nicht, dass tatsächlich Einmütigkeit, was auch immer das sein soll, tatsächlich Einmütigkeit herrscht. Das ist und man konnte dann hinter den Kulissen einen Interessenausgleich aushandeln, zum Beispiel schweigende Zustimmung sich dadurch erkaufen, dass man den Dissentierenden Gegengaben, materielle oder symbolische Gegengaben versprach. Der strukturelle Grund für die hohe Wertschätzung von Konsens liegt auf der Hand. Es gab ja noch kein staatliches Gewaltmonopol. In Gesellschaften mit gering ausgeprägter Staatlichkeit waren effiziente Sanktionsmöglichkeiten gegenüber abweichenden gering. Und unter diesen Umständen war dann natürlich Compositio, also Einigung, angemessener als Dezisio Entscheidung. Aber dass es dann bei faktischem Dissens unter diesen Rahmenbedingungen einer solchen Versammlung tatsächlich zu einer expliziten Entscheidung kam, war eher unwahrscheinlich. Es ließ sich eben nicht erzwingen. Also Entscheiden war die Ausnahme und nicht die Regel. Offenes Entscheiden gegen Dissens. Trotzdem hatten diese Versammlungen natürlich einen politischen Sinn. Man hat es ja trotzdem veranstaltet. Es lag eben nicht nur, der Sinn dieser Versammlung lag eben nicht nur, wie viele oder bis vor einiger Zeit moderne Historiker immer gern unterstellt haben. Der Sinn lag nicht nur darin, explizite Entscheidungen zu fällen oder gar nicht in erster Linie darin. Sondern diese Versammlungen waren symbolisch-rituelle Inszenierungen von politischer Gemeinschaft und Teilhabe. Auch dann, wenn sie keine offenen Entscheidungen trafen. Die Beteiligten bestätigten einander durch ihre Anwesenheit, dass sie einem gemeinsamen politischen Ganzen angehörten, also einem Body-Politik bildeten sozusagen. Und der wurde durch diese Versammlungen immer aufs Neue hergestellt. Und zwar in seiner hierarchischen Rangordnung. Vor einer solchen politischen Gemeinschaft Gehör zu finden, eine Stimme zu haben im wörtlichen Sinne, war ein Wert an sich und definierte im Grunde auch den sozialen Status, den man in der sozialen Ordnung insgesamt hatte. Die Ständeversammlungen waren also eine Form politischen Handelns, die den Zumutungen des offenen Entscheidens Rechnung trug und die das kollektive Nichtentscheiden kultivierte. Die pazifizierenden Effekte in Konfliktfällen liegen auf der Hand. Auch wenn die Versammlungen einen Konflikt nicht zu einer expliziten Lösung brachten, so ließen sich diese Konflikte immerhin durch diese Versammlung zunächst einmal vorbringen und bearbeiten. Das heißt, es ließ sich Zeit gewinnen, bis der akute Konflikt womöglich verblasste. Im günstigen Fall hatte der zeitliche Aufschub zur Folge, dass die Konfliktanlässe ganz entfielen mit der Zeit, zum Beispiel die beteiligten Familien ausgestorben waren, Konfliktgegner nicht mehr lebten oder die Beteiligten eben aus anderen Gründen das Interesse am Konflikt verloren. Also es gibt tatsächlich im Alten Reich allerlei Beispiele dafür, dass die Konflikte über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte mehr oder weniger dieselben Konflikte immer weiter am Köcheln gehalten wurden, bis dann die Familie wirklich ausgestorben war. Offenes Entscheiden zu vermeiden hatte, wie gesagt, vor allem den Grund, Defizite der politischen Vollzugsgewalt nicht offen zutage treten zu lassen und die politische Autorität nicht aufs Spiel zu setzen. Man vermied Entscheidungen, klugerweise, die sich gegen Widerstand überhaupt nicht hätten durchsetzen lassen. Und mit all dem dienten diese Versammlungen natürlich der Stabilisierung von politischer Autorität und sozialer Hierarchie. Tendenziell spielte das Nichtentscheiden denjenigen in die Hände, muss man sagen, die keine Veränderung wünschten, die vom alten, guten alten Herkommen profitierten, die Privilegien und Besitz zu verlieren hatten. Andererseits konnten diese Versammlungen, also Versammlungen hatten einen bestimmten Sinn, sie hatten auch eine bestimmte, dieses Nichtentscheiden hatte eine bestimmte Tendenz, würde ich sagen. Aber diese Versammlungen konnten nicht gewährleisten, dass überhaupt Entscheidungen zustande kamen. Das konnten sie nicht gewährleisten. Der wesentliche Unterschied zu modernen politischen Entscheidungsgremien ist, vormoderne Versammlungen verfügten nicht oder nur in Ansätzen über abstrakt formalisierte Entscheidungsverfahren. Und dieser Unterschied scheint mir zentral. Damit komme ich zum Entscheiden in der Moderne. Und das wird jetzt unanschaulich, wie Sie es schon sehen. Keine Bilder. Also zu den historischen Besonderheiten, die kollektives Entscheiden in der Moderne, Kennzeichen. Auch wieder natürlich idealtypisch. Viele Kollegen würden jetzt schon widersprechen, sagen, Unterscheidung zwischen vormoderne und moderne ist schon hochproblematisch, alles viel zu simpel. Stimmt alles. Aber ich denke trotzdem, strukturell kann man und idealtypisch kann man durchaus einen solchen Gegensatz aufmachen. In hochkomplexen modernen Gesellschaften ist es schlicht und umgänglich kollektiv verbindliche Entscheidungen gegen Dissens zu fällen. Und es passiert ja auch ständig in unserer Gesellschaft. Und das leisten formalisierte Entscheidungsverfahren. Und zwar natürlich immer vor dem Hintergrund der realistischen Chance, diese Entscheidung zur Not eben auch mit Zwang durchzusetzen. Also es setzt natürlich staatliches Gewaltmonopol voraus. Formalisierte Verfahren binden das Entscheiden an explizite und immer schriftlich fixierte Normen, fast immer schriftlich fixierte Normen, die abstrakt und generell gelten. Also nicht im Hinblick auf eine bestimmte Situation formuliert sind, sondern abstrakt und generalisiert. Und solche formalen Regeln definieren ganz genau den Kreis der Teilnehmer. Sie legen deren Verfahrensrollen fest, und zwar Verfahrensrollen, die nicht mit den sozialen Rollen der Teilnehmer identisch sind. Und sie sorgen dafür, dass der Prozess des Entscheidens in bestimmten Schritten nach einem bestimmten Programm abläuft. Und vor allem setzen sie voraus, dass die Beteiligten sich dem Ergebnis des Verfahrens des Verfahrens im Voraus unterwerfen, unabhängig davon, wie es ausgeht. Solche formalen Verfahrensregeln dienen dazu, den Entscheidungsprozess als solchen eindeutig zu definieren, also als Entscheidungsprozess zu definieren und ihm gegenüber seiner Umwelt eine Autonomie zu verschaffen. Sie funktionieren jedenfalls Idealiter in der Vormoderne anders als in der Moderne. In der Moderne funktionieren sie eben Idealiter ohne Ansehen der Person. Das klassische Beispiel, ich habe es eben schon ex negativo erwähnt, ist natürlich das Mehrheitsprinzip, dass eben jede Stimme unabhängig von Rang und Hierarchie gleich zählt. Man kann ja nur zählen, oder indem man etwas zählt, behandelt man ja gleich. Formale Verfahren ermöglichen es dann, eine Entscheidung auch und gerade dann zu treffen, wenn unüberwindlicher Dissens über die Richtigkeit der Entscheidung besteht. Wenn das formale Verfahren als solches akzeptiert wird, erübrigt sich Konsens in der Sache. Und dass das aber funktioniert, ist ausgesprochen voraussetzungsvoll und es ist deshalb eben historisch gesehen eine seltene Ausnahme und ich würde vermuten, dass es auch heute noch immer eigentlich die Ausnahme ist. In unserer Gegenwart sind aber formale Verfahren allgegenwärtig. Moderne Organisationen, die uns ja überall umgeben, sind auf abstrakt generelle formalisierte Entscheidungsverfahren gegründet. Also Behörden, Parteien, Betriebe, nicht zuletzt Staaten beruhen auf Gründungsentscheidungen. Sie reproduzieren sich selbst durch formale Entscheidungen und wenn man sie verändern will, dann muss man das auch entscheiden, explizit entscheiden, formal entscheiden. Dass formal explizites Entscheiden im Laufe des großen und komplexen Prozesses der Modernisierung zugenommen haben, ist glaube ich schwer bestreitbar. Also wenn Sie etwa sich vorstellen, dass Zugehörigkeit zu Glaubensgemeinschaften ursprünglich nicht etwas war, worüber man entschied, außer bei den Täufern. Aber man wurde hineingeboren. Heutzutage ist es ein Gegenstand expliziter Mitgliedsentscheidung. Eigentlich schon seit der Reformation. Man entscheidet sich für oder gegen die Reformation. Seit dem 19. Jahrhundert mehr oder weniger gründet sich staatliches Recht auf formale Entscheidung des Gesetzgebers. Und so weiter und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass ich hier eine lineare Modernisierungserzählung vornehmen will. Aber es ist doch unverkennbar, dass es einen strukturellen emergenten, also nicht zwangsläufigen, aber emergenten strukturellen Prozess gab, der das Entscheiden im Laufe der Zeit zunehmend wahrscheinlicher gemacht hat. Also immer mehr wurde formal entscheidbar und immer mehr wurde aber auch entscheidungsbedürftig. Und dass das immer mehr entscheidbar wird, hängt natürlich auch mit wissenschaftlichem und technischem Fortschritt zusammen und so weiter. Damit habe ich wohlgemerkt über die Rationalität von Entscheidungen gar nichts gesagt. Und ebenso wenig habe ich hier über die informelle Kehrseite der formalen Entscheidungen gesagt, die aber ganz, ganz wichtig zum Bild dazugehört. Denn überall da, wo formale Verfahren das Entscheiden erwartbarer und auch berechenbarer machen, erhöht sich meistens zugleich auch der Bedarf an Informalität. Also je formalisierter, desto mehr auch informelle Bedarf, jedenfalls an informellen Schleichwegen und das zum Gehen. Was, denke ich, in der Moderne zweifellos erheblich zugenommen hat, wovon ich eben wie gesagt sonst nicht gesprochen habe, hier ist der Optimismus, mit dem man an die Möglichkeit rationalen Entscheidens glaubt. Reinhard Kuselek hat bekanntlich beschrieben, wie um 1800 der Zeithorizont sich in eine unbegrenzte Zukunft geöffnet hat und einem bis dahin ungekannten Optimismus rationaler Gestaltbarkeit und damit natürlich auch rationaler Entscheidbarkeit Raum gegeben hat. Man könnte vielleicht sagen, ganz überspitzt, was im vormodernen alten Europa die religiöse Einmütigkeitsfiktion war, wenn es um Bewältigung von Kontingenz ging. Das ist in der Moderne die Rationalitätsfiktion. Uwe Schiemann, der Soziologe, der ein Buch über die moderne Gesellschaft als Entscheidungsgesellschaft geschrieben hat, nennt rationale Entscheidungen die letzten heiligen Kühe der Modernen. Allerdings hat es den Anschein, dass schon seit einiger Zeit diese heiligen Kühe mittlerweile auch, nicht von allen Disziplinen, aber doch von einigen geschlachtet werden. Das Zutrauen in das rationale Entscheiden ist stark irritiert. Das alte Rational-Choice-Modell ist entzaubert weitgehend. Man weiß mittlerweile, dass Menschen keineswegs nach Abwägung aller verfügbaren Informationen und guten Gründen entscheiden, sondern auf Grundlage weitgehender Ignoranz und Heuristiken und so weiter. Aber davon habe ich hier oder will ich gar nicht sprechen. Umgekehrt kann es aber unter Umständen heute, auch heute, denke ich, durchaus vernünftig sein, gelegentlich nicht zu entscheiden. Die Soziologen singen mittlerweile das Lob der Routine. Politikwissenschaftlerinnen beschreiben das sogenannte inkrementelle Durchwursteln. Kulturwissenschaftler haben den Segen der Ambiguitätstoleranz entdeckt. Die Verfahrensform, wie ich sie für die vormodernen Ständeversammlungen beschrieben habe, ist uns heute bei genauerem Hinsehen vielleicht doch nicht so fremd. Also ich denke da unter anderem auch an akademische Gremien. Entscheidungsvermeidung ist ganz allgemein kennzeichnend für soziale Konstellationen, in denen hoher Harmoniedruck herrscht, ein starkes Bedürfnis nach persönlicher Gesichtswahrung und geringe Sanktionschancen bestehen. Also nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern solche sozialen Konstellationen gibt es heute natürlich auch noch. Und unter solchen Umständen gibt es auch heute eine Tendenz zum In-der-Schwebe-Halten von Konflikten, zum stillschweigenden Nebeneinander, unausgetragener Gegensätze, zum Aushalten von Doppeldeutigkeit. Konflikte müssen nicht immer unbedingt entschieden werden. Auch mit einer doppeldeutigen Realität kann man unter Umständen dauerhaft leben. Konkurrierende Situationsdeutungen können langfristig nebeneinander bestehen, bis sie sich vielleicht irgendwann von selbst erledigen. Und es kann umgekehrt äußerst fatal sein, komplexe Problemlagen auf einfache Alternativen zuzuspitzen und eine Entscheidung zu erzwingen oder erzwingen zu wollen, über deren Konsequenzen man sich eben überhaupt nicht im Klaren ist. Hier nur ein Beispiel, das einem da in den Sinn kommt. Also diese Entscheidung, die komplexe Problematik der EU-Mitgliedschaft zu einer Entscheidung, ja, nein, zu reduzieren, war offensichtlich eine fatale Idee. Aber man kann heute natürlich auch an harmlosere politische Fragen denken, politische Themen, auf den ersten Blick harmloser, beim zweiten Hinsinn ist es dann gar nicht so harmlos, wo man eine Entscheidung zwischen Ja und Nein erzwingen will und damit ohne Not zur Polarisierung der Gesellschaft beiträgt. Da denkt man jetzt zum Beispiel an Bayern, würde ich sagen. Aber andererseits steht auch, also wie gesagt, Segen des Nichtentscheidens in vielen verschiedenen Zusammenhängen, auch heute. Aber andererseits steht eben auch außer Zweifel, wie gesagt, dass eine hochkomplexe Gesellschaft ohne formale Verfahren nicht auskommt, die im Notfall ermöglichen zu entscheiden, wenn eben kein Konsens herstellbar ist. Man kann der Zumutung des Entscheidens nicht immer aus dem Weg gehen. Es kann wichtiger sein, überhaupt zu entscheiden, als richtig zu entscheiden. Wenn keine Einmütigkeit über die Richtigkeit in der Sache zu erzielen ist, dann muss man Einmütigkeit über die Form haben, nämlich eben die formalen Entscheidungsverfahren. Was passiert, wenn es keine generelle Akzeptanz der formalen Verfahren mehr gibt? Das erleben wir derzeit, und Sie alle haben wahrscheinlich noch vor Augen, dass ein Präsidentschaftskandidat schon vor der Wahl angekündigt hat, das Ergebnis des Verfahrens zu akzeptieren, aber nur, wenn er gewinnt. Und das erleben wir ja gerade auch wieder. Nicht bei uns, Gott sei Dank. Am Ende bleibt dann eigentlich nur physische Gewalt, um Entscheidungen zu erzwingen. Das Problem, mit dem wir derzeit, denke ich, konfrontiert sind, ist, immer mehr Konfliktgegenstände sind entscheidungsbedürftig, immer mehr Gegenstände werden politisiert und sollen politisch dann auch entschieden werden. Und zugleich leiden die dazu nötigen Entscheidungsverfahren selbst an Legitimationsverlust, weil sie eben ihrerseits in den Sog der Politisierung und Polarisierung hineingezogen werden und deswegen keine neutrale Grundlage für die Austragung von Konflikten mehr bieten. Wohin das führt, kann man, wie gesagt, an den USA derzeit beobachten und im Extremfall läuft es auf Bürgerkrieg hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne nochmal nachfragen mit Blick auf die Konstellationen, die Sie in der frühen Neuzeit beschrieben haben. Sie haben sich da auf die Ständeversammlung kapriziert und würde nochmal gerade von Ihren letzten Sätzen her, die nahmen ja nun sozusagen dramatische Prozesse in den Blick. Also die Nichtakzeptanz von Entscheidungen im Vorhinein. Dramatische Entscheidungen und Entscheidungen unter Problemdruck gibt es ja auch in der Welt, die Sie beobachten, also in dieser frühen Neuzeit. Das betrifft sowas wie Krieg und das betrifft natürlich auch zum Beispiel jetzt, was Corona angeht. Solche sind ja auch nicht neu. Da muss ja auch irgendwie mit umgegangen werden. Jetzt würde ich gerne fragen, wie verhält sich das, was Sie über die Ständeversammlungen beschrieben haben und über die Kulturen des Nichtentscheidens zu einem anderen Modell. Also Sie haben ja Ihre Dissertation Staat Maschine geschrieben zu Konzepten der Souveränität. Also Souveränität und Entscheidung, denkt man jedenfalls als Laie, haben eine unkomplizierte Beziehung. Also jetzt ein aktuelles Motiv in Debatten über Beschleunigung von Entscheidungen ist, dass parlamentarische Verfahren eben Zeit brauchen und dass im Prinzip Diktaturen deshalb entscheidungseffizient ist, weil sie Entscheidungsprozesse abkürzen können. Und das hängt zusammen mit Souveränität. Also wie ist das in der frühen Neuzeit, dieses Wechselspiel zwischen Entscheidungslust, nenne ich das jetzt mal, die mit sowas wie Souveränität irgendwie auch gesetzt ist und auch Entscheidungskompetenz und auf der anderen Seite diesen retardierenden Elementen, die Sie beschrieben haben, nämlich Kulturen des Nichtentscheidens herauszubilden. Also Maria Theresia zum Beispiel wäre da durchaus ein Beispiel. Auch die kulturelle Kodierung, wie sie lange wahrgenommen wurde als gegenüber von Friedrich dem Großen und wie zum Beispiel die Fähigkeit zu entscheiden auch sozusagen gegendert wurde, sage ich jetzt mal ein bisschen abstrakt. Also können Frauen entscheiden? Ist es okay, wenn die Kaiserin dem preußischen König gegenübersteht in schlesischen Kriegen? Was passiert dann? Was bedeutet das für die Souveränität? Also das wäre sozusagen meine erste Nachfrage, diese Kultur des Nichtentscheidens in den Ständeversammlungen. Auf der anderen Seite die ja auch lang nachwirkenden Traditionen souveräner Entscheidungen. Das sind nicht dieselben Akteure, das ist mir schon klar, aber wäre ja ganz gut, wenn wir das so ein bisschen abgrenzen würden, einfach typologisch. Ja, also die Konflikte, die diese von mir jetzt sehr grob beschriebenen Verfahren der Ständeversammlungen eindeutig an ihre Grenzen gebracht haben, waren religiöse Konflikte, bekanntlich. Das hat diese alten auf Konsens und Konsensfassaden beruhenden Verfahren überfordert. Und daran sind sie dann gescheitert. Also vor dem Dreißigjährigen Krieg haben diese ganzen Reichstage nicht mehr funktioniert. Es wurden einfach nicht mehr einberufen. Es ist gescheitert, irgendeinen Ausgleich zu finden, um die Religionsfrage zu lösen. Also an der Regionsfrage sind diese diese vormodernen Formen des Nichtentscheidens, des Aufbauens von Konsens und Einmütigkeitsfiktions und des Aushandelns hinter den Kulissen und so weiter. Das ist davon überfordert, von Religionskonflikten überfordert gewesen. Und der Ausweg war dann natürlich die Souveränitätstheorie. Es ist ja kein Zufall, dass die Souveränitätstheorie im religiösen Bürgerkrieg sozusagen formuliert von ist, von Boudin und von Hobbes erst recht. Und der Souverän ist natürlich idealiter einer, der entscheiden kann, weil er Entscheidungen eben auch durchsetzen kann, weil er ein Stehendes Heer hat oder überhaupt ein Heer hat und das funktioniert und einfach einen anderen Grad an Staatlichkeit zur Verfügung hat, sodass es plausibler erscheint zu sagen, der Souverän löst die Probleme dann einfach selbst und muss keinerlei Konsensverfahren mehr berücksichtigen. Das ist natürlich in Wirklichkeit anders gewesen. Also das Bild vom Absolutismus und absolutistischen Souverän, das die Historiker früher gemalt haben, ist natürlich längst entzaubert. In Wirklichkeit haben diese Entscheidungen, die souveräne, absolutistische Fürsten gefällt haben, natürlich nie wirklich die unteren Ebenen erreicht, darunter getan. Also diese Vorstellung von vormoderner souveräner Herrschaft ist sehr idealisiert. Der Gender-Aspekt ist interessant, weil tatsächlich das Entscheiden oder vielleicht besser gesagt die Entscheidungsfreude, die Entschlusskraft immer als natürlich maskulin kodiert wahrgenommen worden ist. Und deswegen haben sich dann auch alle so gewundert, dass Maria Theresia auch so eine entscheidungsfreudige Frau war. Und deswegen hat man sie dann ja auch als quasi männlich bezeichnet. Also die Habsburger haben endlich sozusagen einen richtigen Souveränen und dann ist es, haben einen richtigen Mann und dann ist es eine Frau. So ist das dann ja formuliert worden. Also sie war der einzig richtige Mann. Ist übrigens auch noch ein politischer Werbeslogan der FDP gewesen vor ein paar Jahren. Unser Mann und es war dann eine weibliche Kandidat. Naja. Wenn man das nun aber, ich meine Historiker mögen zu Recht keine Analogien, aber was Sie beschrieben haben ist das Modell, es gibt erst so eine Konsenskultur, für die ist Dissens und Konfliktentscheidung des Teufels. Und wenn dieses Modell gescheitert ist, schlägt sozusagen die Stunde des Souveräns. Dass der Souverän dann nicht so souverän ist, wie man lange dachte, mal dahingestellt. Aber das ist ja so ein Muster. Wie ist das denn in der Moderne? Also ich meine jetzt könnte man sagen, dass in Demokratien unter großem Krisendruck ist das mit Rückgang auf solche Modelle nicht unwahrscheinlich, dass nicht nur Leute auftauchen, die dann die formalisierten Entscheidungsroutinen unterlaufen, sondern die sagen, die es Staatsstreiche Ideen haben. Also ich meine jetzt gar nicht mal nur Deutschland, aber wie ist das? Weil Sie haben ja am Ende gesagt, eigentlich leben wir in einer Zeit, die jetzt diese Routinen auch wieder problematisch werden lässt. Und wir können gewissermaßen, das war eigentlich, so habe ich den Schluss Ihres Vortrags verstanden, also eigentlich kann man sich auf das, was lange Zeit so das Selbstverständnis der Moderne bildete, also Rationalisierung, Bürokratisierung, also die ganze Max-Weber-Kanon führt gewissermaßen zu einer Enddramatisierung von Konflikten. Die Gesellschaften trocknen auch dadurch aus, dass zum Beispiel die Zerkularisierung die religiösen Energien so ein bisschen bindet. Leidenschaften verwandeln sich Interessen, ökonomische Interessen überwuchern gewissermaßen ehemalig religiöse Obsessionen und so weiter. Das ist ja ein ganzes Register. Da habe ich bei Ihnen am Ende rausgehört, irgendwie ist das nicht so Ihre Auffassung der modernen Welt. Was bedeutet das für die Frage von Entscheidungen und Entscheidungsprozessen? Also ich wollte ja sagen, dass sozusagen ohne formale Entscheidungsverfahren, deren Ergebnisse auch durchsetzbar sind, auch gegen Widerstand durchsetzbar sind, das Komplexitätsniveau moderner Gesellschaften gar nicht erreichbar gewesen wäre. Also das und moderner demokratischer Rechtsstaaten gar nicht vorstellbar ist. Was wir jetzt erleben in manchen Ländern, hat vielleicht damit zu tun, also in den USA, damit es vielleicht ein sehr, sehr altes politisches System ist, ist eigentlich vormodern, könnte man sagen. Es hat aber auch damit zu tun, dass es jetzt wieder so eine Art religiöser, oder nicht religiöser, aber jedenfalls Glaubenskonflikte oder Kulturkämpfe, wie man ja gerne sagt, gibt. Also da geht es jetzt nicht mehr, und das ist in gewisser Hinsicht wirklich vergleichbar mit den Regionskriegen der frühen Neunzeiten, da geht es nicht mehr um die Lösung von Sachfragen, sondern es geht um Zugehörigkeit. Also Zugehörigkeit ist wichtiger als Wahrheit, Zugehörigkeit ist wichtiger als irgendeine sachliche Problemlösung, sondern ja, Zugehörigkeit steht überall. Das sieht man ja in den USA im Moment. Es ist sogar egal, wenn der Kandidat einfach platt und offensichtlich lügt. Das wird ihm verziehen, weil es um Zugehörigkeit zu dieser Glaubensgemeinschaft geht, würde ich sagen. Also insofern gibt es da eine gewisse Parallele. Wenn es dazu kommt, dass Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft wichtiger ist als Konfliktlösung in der Sache, dann funktionieren eben Verfahren nicht mehr. Und wenn dann auch noch, in den USA kommt ja noch hinzu, dass es gewissermaßen kein Gewaltmonopol des Staates gibt. Das ist ja auch die unerlässliche Voraussetzung für das Funktionieren formaler Verfahren. Wie ist das jetzt aber sozusagen bei den Erben des, die Erben des Alten Reichs, die sitzen ja eher hier in Mitteleuropa. Also die Erben der von Ihnen beschriebenen Welt. Und da gibt es ja nun bei den Historikern auch parallel zu dem, was sie betrieben haben. Also das Studium der symbolischen Repräsentationen, der rituellen Formen, in denen Entscheidungen, aber auch Nichtentscheidungen wahrscheinlich gemacht werden. Da ist ja in jüngerer Zeit hinzugekommen, diese Aufmerksamkeit auf die Medien. Also die Reformation ist so das klassische Beispiel. Also die Druckmacher. Also der Druck als die erste große Medienrevolution befeuert ja alles Mögliche. Er befeuert jedenfalls nicht ausschließlich sowas wie den Aufstieg der Nachricht, sondern er befördert natürlich insgesamt den Aufstieg auch von Fake News. Also er befördert gewissermaßen die Resonanzverstärkung all der Zurechnungsformen, die Sie gerade beschrieben haben. Ist das irgendwie eine Quelle, die man identifizieren kann jetzt in ihrer historischen Betrachtung, die sozusagen auf die Entscheidungen und auf die Akteure auch da einwirkt, wo die Entscheidungen explizit machen, aber wo die gewissermaßen das ja nicht reflektieren. Es gibt ja da keine Medienteorie der Entscheidung, sondern es gibt nur, dass zum Beispiel Zeitungen habituell werden. Es gibt Flugblätter, Einblattdrucke, alles Mögliche, was natürlich als soziale Energie dann tatsächlich zirkuliert und eingeht in all die Proteste von Glaubensstärke, Zurechnung, die Sie beschrieben haben. Das braucht ja irgendwie Fuel. Also man muss das ja irgendwie feuern. Und was Sie beschrieben haben, also der Ruin dieser Konsenskulturen, der wird ja oft beschrieben, als medieninduziert. Würden Sie dem zustimmen? Absolut. Ich meine, die Rolle von Schriftlichkeit für diesen ganzen wahnsinnig komplexen Prozess dessen, was dann zur modernen Gesellschaft geführt hat, ist natürlich überhaupt nicht bestreitbar und ist wahnsinnig vielfältig und so weiter. Zum einen ist es natürlich klar, dass formale Verfahren auf Schriftlichkeit beruhen und ohne Schriftlichkeit diese Formalisierung nicht möglich wäre. Hinzu kommt, würde ich sagen, dass Medien in dem Sinne, wie Sie sie jetzt genannt haben, also das, was Habermas Öffentlichkeit, kritische Öffentlichkeit genannt hat, also Zeitung und so weiter, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Beobachtungsqualität ermöglicht und dass damit, denke ich, auch die Offenheit für die Vielfalt möglicher Lösungen und so weiter größer wird. Also einfach öffentliche Diskussionen auch die Einmütigkeitsfiktionen entzaubert. Also man kann dann Einmütigkeitsfiktionen einfach nicht aufrechterhalten, weil die Beobachtungsmöglichkeiten viel größer sind. Zum anderen würde ich auch sagen, dass die Tatsache, dass diese vormodernen Ständeversammlungen so funktionierten, wie sie funktionierten, natürlich ganz eng damit zusammenhängt, dass sie auf Anwesenheitskommunikation beruhten. Also das hat ja mein Kollege Rudolf Schlögel ausführlich behandelt in seinem Buch über Anwesende und Abwesende. Es geht um Face-to-Face-Kommunikation und deswegen geht es um Gesichtswahrung. Es geht um persönliche Rangordnungen und so weiter. Und da ist ein viel, viel größerer Harmoniedruck und eine viel größere Tendenz zur Konfliktvermeidung beziehungsweise zur offenen Konfliktvermeidung als dann in medial vermittelten Kommunikationssituationen. Das kann man selber ja ganz einfach an sich beobachten, dass es viel schwerer ist, jemandem ins Gesicht zu sagen, dass man sein Buch furchtbar findet. Aber in der Rezension das zu schreiben, ist viel einfacher, weil man hofft, dass man den betreffenden Autor nicht persönlich trifft. Also das ist jetzt nur aus einer persönlichen Lebenserfahrung. Ja, ja, das leuchtet schon ein. Es gibt ein Beispiel in Ihrem Vortrag für eine Form radikaler Abwesenheit. Das ist das Aussterben. Also das Aussterben von Familien haben Sie genannt als Beispiel. Und das Beispiel diente ja dazu zu sagen, warum diese Kultur der Vermeidung auch funktionieren konnte, als Vertragungskultur, die Konflikte, jetzt benutze ich mal einen aktuellen Begriff, einfriert, indem sie dann darauf wartet, dass die Akteure aussterben. Das ist aber irgendwie doch auch ein Sonderfall. Das heißt, es gibt natürlich sowas wie einen Problemdruck, auch in modernen Gesellschaften, der die Routinen herausfordert. Also das eine ist, glaube ich, totaler Konsens, wenn Sie sagen, moderne Gesellschaften in ihrer Komplexität produzieren nicht zufällig, sondern aus innerer Notwendigkeit eine Fülle von Entscheidungsformalitäten. Alles richtig. Ich will jetzt nicht auf Souveränitätstheorien zurück, aber was passiert mit den demokratischen Institutionen und all dem, was die modernen Gesellschaften in der Ausbildung sozusagen unter den Bedingungen des Ausnahmezustands oder des gefühlten Ausnahmezustands? Sie haben am Ende ja sogar den Begriff Bürgerkrieg verwandt für das, was da eventuell in manchen Gesellschaften jetzt droht. Bürgerkrieg ist eine Extremform von Ausnahmezustand. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Ich will jetzt nicht so eine pessimistische Anthropologie, sondern eigentlich nur sagen, wie ist das, wenn der Problemdruck so wächst, dass diese Strategien der Konsensbildung auch im Konflikt in die Krise geraten und herausgefordert werden. Also historisch haben Sie es, glaube ich, eigentlich schon gesagt. Aber wie sehen Sie das jetzt? Ich weiß nicht genau, worauf Sie rausfallen. Ich meine, es steht jetzt der Elefant im Raum, in Form von Karl Schmidt, mit dem Ausnahmezustand und dem Dezisionismus und der Souveränität. Ich meine, es ist klar, dann ist die entscheidende Frage, wer entscheidet. Und das muss sich dann eben im Bürgerkrieg herausstellen, wer der Souverän sein wird. Das war jetzt, Sie haben es ja eigentlich bezogen auf Amerika gesagt. Ja, ja. Hätte ich den Eindruck, weil es ist eine starke Bürgerkrieg-Tradition. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Und es hat ja auch eben keine, ja, es ist ja ein ganz anderes politisches System als unseres. Und es ist, ja gut, ich kenne mich nicht gut genug im amerikanischen System aus, aber ich denke, dass die Krise, die wir da jetzt haben, wie gesagt, abgesehen von diesen sozialen Verklüftungen, die diese Glaubens- oder Kulturkrise herbeigeführt haben, es natürlich auch damit zusammenhängt, dass das eine ganz andere Form von politischem System ist, in dem es nicht diese klare, ja, diese klare Staatlichkeit gibt wie bei uns. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen die Diskussion ins Plenum öffnen. Es ist ganz einfach, wenn Sie eine Frage haben oder eine Bemerkung, dann gibt es Saalmikrofone. Wenn Sie sich bemerkbar machen, landet dann sofort ein Saalmikrofon bei Ihnen. Da ist zum Beispiel ein Herr, der jetzt das Saalmikrofon hat. Sie bekommen jetzt gerade das Mikro. Ich war fasziniert von Ihrer Darlegung der vormodernen Ständeversammlung. Da hat mich sofort die Frage bewegt, wie war eigentlich bei generalisierender Betrachtung, also ich meine jetzt den Zeitraum, in dem das noch funktioniert hat, wie Sie vorhin ergänzend sagten, das funktionierte dann nicht mehr im Dreißigjährigen Krieg. Wie war eigentlich so das Verhältnis von Nichtentscheidung und Ergebnis dieser Versammlung, wenn man das so über längere Zeiträume sieht? Wem kam das zugute? Ja, das habe ich versucht ganz kurz anzudeuten. Das kann man natürlich schwer ganz allgemein sagen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass diejenigen, die was ändern wollen, den Kürzern ziehen dann. Also das erfordert dann ja in der Regel Entscheidungen oder führt zu konfliktiven Situationen, in denen man eben sagen muss, wer ist jetzt dafür und wer ist jetzt dagegen. Während, wenn man die Dinge in der Schwebe hält, wie gesagt, bis die Konfliktparteien ausgestorben sind oder so, dann kommt es natürlich immer denjenigen zugute, die sozusagen in der Possessio-Situation sind, also die im Besitz der Rechtsansprüche und so weiter sind. Und es hat eine konservative, denke ich mal, Grundtendenz, eine stabilisierende und konservative Grundtendenz, wenn wenig entschieden wird. Die Dinge bleiben eben so, wie sie sind. Und sie verschieben sich peu à peu so ein bisschen und es ändert sich natürlich schon immer irgendwie was. Aber radikale Reformen können dann eben nur souveräne oder einigermaßen halbwegs souveräne Monarchen durchführen, die, wie zum Beispiel Maria Theresia, die Stände einfach ignorieren, weil sie richtige Truppen haben, mit denen sie zur Not diese Stände zur Raison bringen können. Oder Friedrich Wilhelm I. oder so. Also die ignorieren einfach diese hergebrachten Konsensverfahren. und berufen dann ja auch die Stände einfach gar nicht mehr ein. Die werden einfach gar nicht mehr gefragt. Das brauchen sie eben nicht mehr, weil sie andere Formen der Heeresaufbringung haben. Das ist natürlich der zentrale, strukturelle Faktor dabei. Aber ja, wie gesagt, ich denke, es hat eine grundsätzlich konservativ-sozial-stabilisierende Tendenz im Ergebnis. Kommt das Mikro. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie wissen, ich bin weder Historiker noch Soziologe. Ich komme aus einem ganz anderen Eck. Und deshalb meine Frage vielleicht als Test, ob ich sie richtig verstanden habe. Sie haben ja Entscheidungen definiert als die explizite, mit externer sozialer Wirkung. Und dann, als sie auf die Rational-Choice-Theorie kamen, habe ich gestutzt. Die Rational-Choice-Theorie ist ja doch eher eine Argumentationstheorie und beschreibt nicht etwa, wie Entscheidungen fallen. Das, ja, so ist es nicht gedacht. Aber Rational-Choice ist unter anderem eine, würde ich sagen, Argumentationstheorie. Und das Stichwort Argument spielte in ihrem Vortrag keine besonders große Rolle. Denn auch die Legitimation durch Verfahren funktioniert nicht durch ein beliebiges Verfahren. Da hat das Argument auch irgendeine Rolle drin. Ich glaube, das würde sogar Luhmann zugestehen. Und eine Verfahrensform, eine Ausformung dieser Verfahren, gerade in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten, ist eben die Anhörung, das Gehörtwerden. Also ob das nun um den Flächennutzungsplan geht oder sonst was. Und daraus, glaube ich, ist eine gewisse Schwäche der Verfahren erwachsen. Nicht nur, weil sie lang dauern, sondern weil es ein ganz großes verbreitetes Missverständnis gibt. Nämlich Teilhabe ist nicht, ich sage immer Ganzhabe. Herr Zirn ist der Professioneller, der sagt, Teilhabe ist nicht Rechthabe. Das heißt, die Menschen fühlen sich nicht gehört, wenn sie sich mit ihrem Vortrag nicht durchsetzen. Und da wäre es natürlich klug, auf die Ständeversammlungen zurückzukommen, wo es einen Wert darstellt, dabei gewesen zu sein. Mit all den Großkopferten und so und dementsprechend unabhängig vom Ergebnis jedenfalls teilgehabt zu haben. Wie sehen Sie das? Ja, zum einen zu Rational Choice. Ja, klar, da geht es natürlich um Argumente des Abwägens für und wieder und so weiter. Und wie gesagt, es geht aber um die Inhalte des Entscheidens und nicht um die Form. Ich habe mich ja hier auf die Form bezogen. Deswegen habe ich Rational Choice beiseite gelassen. Aber soweit ich das verfolge, ist ja die Rational Choice Theorie schon in vieler Hinsicht sehr, sehr unter Druck. Aber wie gesagt, das war deswegen nicht mein Thema, weil es mir um die Form des Entscheidens geht. Und Sie haben vollkommen recht. Bei den Verfahren und gerade eben auch bei diesen vormodernen Verfahren ging es ganz ausdrücklich um das Dabeisein. Und es gibt sehr schöne Quellenbelege, unter anderem eine, die ich dem Kollegen Johannes Helmrath verdanke aus seiner Edition der Reichstagsakten, wo ausdrücklich gesagt wird, es spielt keine Rolle, aber es ist sozusagen, es befriedet, es ist, ich kriege leider das Zitat nicht mehr zusammen, aber jedenfalls, dass die befriedende Wirkung des nur gehört Werdens ausdrücklich den Leuten bewusst war und auch explizit das so geäußert wurde. Also es ist vollkommen richtig. Das Problem ist natürlich, dass man in vormodernen Ständeversammlungen, dass man da sozusagen die politisch handlungsfähigen Leute auch wirklich alle individuell, nicht alle, aber jedenfalls die Potenzial eben auch wirklich hören konnte, während in komplexen Massengesellschaften es natürlich völlig ausgeschlossen ist. Deswegen hat man natürlich repräsentative Verfahren, deswegen hat man aber ja neuerdings auch Losverfahren. Man hat ja Bürgerräte, die eben ausgelost werden und dadurch automatisch eine statistische Repräsentativität gewährleistet ist. Das finde ich in der Richtung, die Sie andeuten, eigentlich eine ganz gute Idee, dass man nämlich sagt, jeden kann das los treffen und potenziell jeder kann gehört werden. Das, denke ich, ist auf jeden Fall auch diese Idee des Beratens und eben Nichtentscheidens. Diese Bürgerräte haben ja keine Entscheidungskompetenz, sondern nur eine Ratgebekompetenz. Und insofern sind sie auch diesen vormodernen Ständeversammlungen ähnlich, weil da am Ende ja doch immer der Fürst entscheidet. Oder jedenfalls dem Anspruch nach immer der Fürst sozusagen das letzte Wort hat. So ist es ja hier auch. Und da ist eben in der Massengesellschaft das Los, finde ich, ein ganz vernünftiges Verfahren, um eine andere Art von Partizipation bei der Beratung herzustellen, als das im parlamentarischen System sonst möglich ist. Ja, es gibt ja ein Element, was sozusagen diese Wahlverfahren, die Sie beschrieben haben, die Absehen vom sozialen Rang und so weiter mit dem Los verbindet, dann, wenn das Los von vornherein inklusiv gedacht ist. Also wenn das Los selber nicht eine Entscheidung schon enthält, wer an der Lotterie gewissermaßen teilnehmen kann, dann ähnelt das Los im Prinzip in diesem Punkt der Wahl. Nur ist es eine andere Konfiguration von Entscheidung über die Frage, wer an einem Organ teilnehmen soll. Dass das jetzt aufgegriffen wird, das gibt ja zunehmend Diskussionen unter Politologen auch über die Frage von Wahl- und Losverfahren. Wie ist das in der frühen Neuzeit? Also die Rolle des Loses ist ja da gar nicht so gering. Ja, das Losverfahren ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Und wenn man genauer hinguckt, ist es obiquitär. Es gibt sowohl in der Vormoderne als auch in der Moderne überall ständig Losverfahren. Wenn man mal darauf achtet, fällt einem das erst auf. Das Losverfahren ist aber ja eine organisierte Form der Zufallsentscheidung. Das heißt, es kommt immer darauf an, zwischen wem gelost wird und worüber gelost wird. Und vor allem aber zwischen wem. Und diejenigen, unter denen gelost wird, werden dadurch natürlich egalisiert. Weil das Los ja jeden treffen kann. Entscheidend ist aber, dass eben nicht zwischen allen gelost wird. Während bei solchen Bürgerratsgremien tatsächlich alle Bürger, auf alle Bürger das Los potenziell fallen kann. Aber in der Vormoderne gab es die Fülle von Losverfahren bei Ämterbesetzungen, in der Antike natürlich, aber auch in der frühen Neuzeit, im späten Mittelalter, in italienischen Städten überall super komplizierte Losverfahren. Venedig ist das berühmteste Beispiel. Aber auch in allen möglichen deutschen Städten. Dazu gibt es kaum Arbeiten. Auch in der Kirche, in verschiedenen Kirchen und so weiter. Aber da ist es eben immer so, dass das Losverfahren eingebettet ist in ganz, ganz komplexe andere Verfahrensschritte. Und sozusagen da dem Zufall in Wirklichkeit nur ganz, ganz wenig Raum gelassen wird. Also immer aus einer Gruppe ganz privilegierter Amtsträger oder politisch Berechtigter nur immer ausgelost wird. Aber es führt dann trotzdem zu einer Egalisierung in dieser Gruppe. Also unter, im Wesentlichen dann Patrizian oder Adligen. Unter denen los wird, hat es natürlich einen egalisierenden Effekt. Sie haben am Anfang ja gesagt, es geht eben um explizite Entscheidungen. Entscheidungen, die als solche getroffen werden und markiert sind. Waren diese Losverfahren explizite Entscheidungen, als solche kodiert? Waren sie doch? Ja, das ist ja gerade, würde ich sagen, der Witz beim Losverfahren, dass da wirklich dramatisch sichtbar wird, dass das entscheidende Kontingent ist. Weil das Kontingent, da geht es ja gar nicht. Das ist sozusagen eine dramatische Inszenierung der Kontingenz des Entscheidens. Aber natürlich immer in dem Rahmen, den man den Losen gibt. Aber in diesem Rahmen ist es absolut Kontingent. Und das Losen bewirkt gewissermaßen das Ausdifferenzieren des reinen Entscheidens. Das ist sozusagen, wenn dann gelost wird, dann ist das Entscheiden gewissermaßen sichtbar in diesem Akt. Also wenn die Würfel fallen oder die Lose gezogen werden. Da sieht man, wie die Entscheidung passiert. Und zwar vollkommen arbiträr, also voll oder vollkommen, arbiträr ist das falsche Wort, vollkommen irrational, gibt es da maßen. Nicht rational. Aber es ist dann eben trotzdem in einem anderen Sinne rational, irrational zu handeln. Also das loszuwerfen. Und Sie haben eben angedeutet, dass das unter Umständen auch egalitäre Effekte haben kann. Die müssen ja nicht intendiert sein. Also sagen wir mal, in Venedig ist eine Adelsrepublik, aber faktisch sind die Adeligen nicht gleich. Also es gibt in Venedig verschiedene Rangstufen innerhalb der Adelsrepublik sozusagen, sind die ja nicht gleich. Also der Begriff Adelsrepublik impliziert nicht eine Gleichheit der Adeligen. Das ist übrigens in Polen auch nicht so gewesen. Also in Venedig wie in Polen waren die eigentlich tief gestaffelt. Für die hatte das unter Umständen Vorzüge. Also Lotterie oder Losverfahren. Ja, wie gesagt, da waren ja die Losverfahren immer nur in ganz, ganz beschränktem Ausmaß wirksam. Aber unter denen oder diejenigen, unter denen gelost wird, sind in diesem Moment des Loses natürlich gleich behandelt. Und das hat in gewisser Weise egalisierende Wirkung. Es hat aber vor allem natürlich auch den Zweck gehabt, Korruption, Parteilichkeit und so weiter, Parteibildung, Fraktionsbildung und so weiter zu verhindern. Weil man eben vorher nicht wissen kann, wer es am Ende wird. Und wer genau es am Ende wird, das heißt, man kann die nicht alle bestechen. Das ist einfach zu teuer. Das heißt, man kann, ja, Bestechung wird schwieriger. Ja, oder teurer. Also das ist jetzt ein Thema, das können wir gar nicht mehr ausführlich erörtern. Also Bestechung als Entscheidungsoptimierung. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich interessant. Im britischen Pubs gibt es ja diese Institution Last Call. Da müssen sich dann entscheiden, bestelle ich jetzt noch ein Bier oder nicht? Sitzen Sie in der Situation? Also Last Call. Entweder noch eine Frage oder nicht. Jetzt oder nie. Ich sehe nichts. Also da hinten vielleicht noch? Doch, sehen Sie, Last Call ist immer so. Irgendwer bestellt dann noch. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich finde die Beispiele zu Nichtentscheiden sehr spannend. Aber ich würde auch sehr gerne mehr wissen, was war der Preis des Nichtentscheidens in der frühen Neuzeit? Es gibt bestimmt auch Beispiele dafür, dass man auch für das Nichtentscheiden einen hohen Preis zahlt, auch für eine Gesellschaft, für einen Staat. Ich finde, diese Entscheidung ist immer auch ein Eingriff in die Realität als ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Wirklichkeit. Aber es besteht auch hohe Trickheit, aktive Veränderungen zu ermöglichen. Wobei gerade in der modernen, in einer ungewissen Struktur und Gesellschaft besteht ein hoher Handlungszwang. Das heißt, unabhängig davon, ob wir uns in Entscheidungen treffen möchten oder nicht. Wir müssen irgendwie handeln, zum Beispiel vor Klimawandel oder vor möglichen Untergangs von der Demokratie oder die Entscheidungseffizienz vor den großen Problemen in vielen Bereichen. Also meine Frage wäre, ist es nicht noch gefährlicher, nicht zu entscheiden? Danke. Ja, das kommt natürlich immer darauf an. Und ich habe ja eben schon auf die erste Frage gesagt, ich glaube, wie gesagt, es führt zu einer gewissen Immobilität, zu einer gewissen Reform- und Handlungslähmung, könnte man sagen. Es ist einfach, die Dinge bleiben eben, wie sie sind. Und diejenigen, die davon profitieren, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, sind im Vorteil von solchen konsensual angelegten Verfahren. Das ist, glaube ich, schwer bestreitbar. Also man kann eben radikale Veränderungen nicht im Modus dieser konsensorientierten Verfahren durchsetzen. Das würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Deswegen hat man ja in komplexen modernen Gesellschaften jede Menge formale Entscheidungsverfahren und man tut gut daran, sich dran zu halten. Und es funktioniert ja in der Regel auch. Weil, wie gesagt, die Alternative dann eine ziemlich schreckliche ist. Während in der Vormodal, beziehungsweise wenn man diese sehr stark Konsens- und gesichtswahrungsorientierten Verfahren betreibt, dann ist das vielleicht schonend im Einzelfall, aber es ist auf lange Sicht gesehen natürlich lähmend. Also wir haben ja jetzt im Moment ein Beispiel, Sie haben es eben, glaube ich, implizit angedeutet, dass wir Verhältnisse haben, große Krisen, große kriegerische Konflikte, in denen gewissermaßen sich eben nichts entscheidet im Moment. Und man dafür plädiert, manche dafür plädieren, das eben auch so zu lassen. Und da sieht man, was es für Kosten hat. So, dann sind wir am Ende dieses Abends angelangt. Das war der erste Abend der Mosel Lectures in diesem Jahr zum Thema Dramen des Entscheidens. Es geht in drei Wochen weiter, das ist dann der 23. Mai. Da kommt dann Dieter Thomae. Das Thema hatte ich ja schon genannt. Ich war es. Ich war es nicht. Keiner ist es gewesen. Darüber wird er sprechen. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen guten Abend. Wir bedanken mich nochmal bei Ihnen für den Vortrag und für das Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause.